Einen wunderschönen guten Morgen, mein Lieben, mein Name ist die Außenköpflografie. Heute etwas kürzer die News, denn wir hatten gestern Abend eine ziemlich lange Talkrunde gehabt. Das ist jeden Samstag bei uns um halb neun, Pi mal Daumen, und da ist jeder eingeladen, herzlich. Und kommen wir zu den News. Wir haben bei, das war auch Gespräch gestern bei uns in der Runde gewesen, nämlich diese BRC20-Geschichte. Die BRC20 ist im sehr, sehr weiten Sinne ähnlich wie ERC20, also es ist kein Standard in dem Sinne, dass es auf der Blockchain praktisch festgelegt ist, woran sich alle halten müssen. Es ist nur ein Entwurf von jemandem gewesen, ich glaube Doto oder Domo oder sowas heißt er auf Twitter, und es ist einfach auf einen Satoshi als Inscription. Inscriptions sind praktisch das, was in den Witness-Block hineingepackt wird. Es ist also nicht das, was praktisch die Chain enforciert. Es ist sozusagen wie, ich male einen Entwurf, lege das auf den Tisch, und jeder, der möchte, kann sich gern da dran halten. Und bisher hat sich das eben sehr, sehr stark ausgebreitet, dieses BRC20, weil es natürlich auch sehr, sehr simpel ist. Und Trustless Market an der Stelle, da gibt es zum Beispiel auch schon andere, diese Unisat Wallet, da ist es ein anderes, das hat aber aktuell sehr, sehr viele Ausfälle. Und Trustless Market will auch in der Richtung sich bewegen und dann auch noch zusätzlich irgendwas draufsetzen. Das Erste ist natürlich, was die umsetzen wollen, das ganz normale Permissionless Trading. Das ist ja bislang eben nicht so unweitens möglich mit der BRC20 gewesen. Und zweitens natürlich auch Swapping, Swapping à la Uniswap V2. Wollen die komplett als manuellen Smart Contract auf der Blockchain umsetzen. Wie soll das funktionieren? Na gut, Bitcoin selbst kann natürlich kein Smart Contract. Das heißt, man kann theoretisch ja diesen Smart Contract, das ist ja als Source-Code vorhanden, ja auch eins zu eins, weil man kann ja in den Witness-Block 4MB reinpacken. Und der Smart Contract ist halt nicht so groß. Selbst die größten Smart Contract, auch ich sehe, sind vielleicht ein paar hundert Kilobyte maximal. Und das kann man natürlich als Text ganz normal, auch als Inscription praktisch auf die Blockchain schreiben. Und jeder, der freiwillig will, kann sich natürlich an dem, was in diesem Satoshi, ja alles inscriptet worden ist, dran halten. Und das ist nämlich auch schon das Problem, weil es nämlich nicht durch die Blockchain forciert wird, sondern nur durch zentralisierte Plattformen, in diesem Fall Trustless Market, ist es natürlich so, dass jede andere Plattform theoretisch um die Ecke kommen kann und sagt, hey, wir machen jetzt unseren Standard, ja und wenn, wenn es natürlich 7, 8, 10, 50 Standards gibt, wird sich natürlich letztendlich auf dem Markt dieses Standard umsetzen oder durchsetzen, was die meisten Adaptionen hat und auch die meisten User. Dann ist es natürlich so, dass alle anderen Standards in der Versenkung verschwinden werden und dann sind natürlich auch die Sachen dort wertlos, die darauf basierend gemacht worden sind. Und da muss man einfach zum aktuellen Zeitpunkt das noch einfach dafür halten, was es ist. Es ist eine hochspekulative, ja also nicht durch Bitcoin selbst, also hat die nicht die gleichen Sicherheit und auch die Stabilität wie Bitcoin selbst. Es ist ein Probelauf, ja, für einen Versuch, was vielleicht kommen, also sich etablieren könnte, wenn es tatsächlich eines Tages wirklich von den Machern von Bitcoin auch so umgesetzt wird, dass es ja als Standard gilt oder so, was ich zumindest in eine absehbare Zeit nicht davon ausgehe. Ja, kommen wir zum nächsten. Wir haben Namada, das ist vom Misari hier erwähnt worden. Denkt daran, das ist auch ein Projekt, was noch in der Entwicklung ist, da ist es noch nicht ausgereift, aber es geht in die gleichen Richtungen wie zum Beispiel auch andere Layer 1 Lösungen. Man muss da unterscheiden, man hat natürlich sowohl Smart Contract Lösungen, ja, oder zum Beispiel auch Roll-Up Lösungen, das war zum Beispiel bei DK Money der Fall gewesen, aber Smart Contract Lösungen wie bei Railgun oder auch bei CK Bob, ja, aber wir haben auch tatsächlich Layer 1, komplette Layer 1 als Lösung, sondern hier haben wir zwar auch ASEC, das ist ja mittlerweile eingestellt, aber ALEA und Ccash, das sind da ganz bekannte, ganz normale Chains gewesen für Privacy-Lösungen und Namada zielt auch da drauf hin und soll auch zusätzlich diese Cross-Chain-Möglichkeit bieten, also sowohl in Cosmos Ökosystem hinein als auch in das Serum Ökosystem hinein und ich bin auf jeden Fall gespannt, ich bin aktuell, arbeite öfters mal mit dieser CK Bob zum Beispiel, ja, habe ich auch aktuell in der Sendung, in der Mache ist fast fertig und das ist tatsächlich überraschend, was die vielseitige Antikeit angeht und aber auch gleichzeitig diese, diese beiden Seiten, also einmal die Seiten der Privatsphäre zu bedienen, ja, dass man nicht sehen kann, woher das Geld kommt, ja, wohin das Geld gegangen ist, wenn man dazu nicht befugt ist und gleichzeitig aber auch die Transparenz im Hintergrund zu haben, ne, das war eben auch die Schwierigkeit bei anderen Projekten, dass wenn man tatsächlich die Privacy-Lösung genutzt hat, dass man trotzdem, sag ich mal, gesetzeskonform ist, weil wenn man selbst der Owner ist, von dem Account kann man für sich selbst diesen kompletten Transaktionshistorie herunterladen, ja, wohin man was für Geld geschickt hat und so weiter und so fort, um dann letztendlich bei der Steuererklärung oder beim Fiskus eben nicht blöd dazustehen, ja, wenn da Fragen auftauchen. Ja, das ist auf jeden Fall so eine super interessante Lösung zum aktuellen Zeitpunkt, aus meiner Sicht die interessanteste Lösung, was CK und Privacy angeht und, ja. Kommen wir zum nächsten, Orange Finance, ja, ist ein weiterer Wettbewerber, wir haben ja mittlerweile einiges, ja, an Wettbewerber, was um die konzentrierte Liquidität geht und man sieht zum Beispiel allein da dran, dass fast alle Produkte, egal ob große, kleine, ja, Pancake ist auch umgestiegen, Tena ist umgestiegen, Carmelot testet aktuell den Umstieg auf konzentrierte Liquidität und wir haben natürlich, sogar gestern auch Maverick vorgestellt, ist auch eine Lösung, was so ein Zwischending ist zwischen diesen Liquidit Bins von Trader Joe und natürlich Standard, Uniswap V3, konzentrierte Liquidität und das ist einfach die Zukunft, ja, das habe ich auch schon seit, ähm, fast ein Jahr gesagt, was ich da drin sehe, weil man, ne, das Kapital eben viel, viel effizienter nutzen kann und da gibt es einfach absolut nichts, was dagegen spricht, außer die Bedienung, ja, die Oberfläche, die ist halt schwer zu bedienen von Uniswap und da braucht man dieses Verständnis dazu und, äh, an der Stelle versuchen eben unterschiedliche Projekte mit unterschiedlichen Lösungen, ja, zum Beispiel bei PancakeSwap, ja, und auch zum Beispiel bei Tena und so und zum Beispiel auch das GND-Protokoll, die benutzen, ne, unterschiedliche Methoden, um für den User, äh, das zu erleichtern, dass man nicht sich erst damit beschäftigen muss, ja, was ist das für ein Range, ja, was bringt das mir, ja, wie stelle ich das Ei und so weiter und Orange, ähm, will da noch einen Schritt weiter gehen, denn im Bereich der Aggregation, ja, das, das ist ja praktisch diese One-Click-Lösung, da steckst du nur noch Geld rein und dann gehst du da vor uns wie bei normalen linearen AMMs, dass man nur noch Geld farbt, ja, dass, äh, die an der Stelle, da gibt es ja auch schon einige Versuche in der Vergangenheit, sondern Gammaswap und auch zum Beispiel, ähm, diese Arrakis sind Beispiele dafür, die arbeiten natürlich mit sehr, sehr weiten Range, ja, um überhaupt diesen Improgramm-Loss zu entgehen, weil da automatisch, äh, natürlich immer, äh, umpositioniert wird und auch wenn man hier dran, äh, hier mal guckt, ja, Orange Finance geht einen komplett anderen Weg, die versuchen so ein bisschen das, was Umami versucht hat mit GLPs, ja, weil bei GLP fluktuieren natürlich auch mal die, äh, die Zusammensetzungen in dem GLP-Token und Umami hat natürlich, äh, ist aktuell immer noch am Testen, ja, ihren V2 praktisch dagegen zu hedgen, ja, also gegen einen fluktuierenden Underlaying und das ist natürlich bei Uniswap noch, noch viel extremer, weil es konzentriert ist, ne, da ist, äh, die, die, die Fluktuation um ein, als Vielfaches höher und die versuchen hier mit einer gewissen Heading-Strategie sich dagegen abzusichern, ja, und da sieht man anhand des, äh, des Ranges, was die benutzen, dass sie sehr, sehr eng ist, ja, so würde ich noch nicht mal, noch nicht mal, äh, also manuell da bei konzentrierte Liquidität vorgehen, weil dann im Permian-Loss natürlich einen komplett wegfrisst, aber, also, sieht super spannend aus, aktuell kann man, äh, allerdings nur durch diese Permission Alpha reinkommen, also ich bin nicht drin, aber ich werde es auf jeden Fall für euch auf dem, äh, Schirm behalten. Kommen wir zum nächsten, also DeFi-Lama, ja, DeFi-Lama hat, ne, entwickelt einfach immer weiter und das ist halt eines der, der größten Plattformen, die ich auch immer regelmäßig benutze und was die jetzt nochmal zusätzlich eingeführt haben, also nur als Schmenkel, ähm, ist natürlich, dass man sehen kann, wie, was die größten Protokolle, die es gibt im Space, wie viele Angestellten die haben und wie viel annual, als pragerlichstes Budget, die ausgegeben haben in der Vergangenheit, ja, für die Entwicklung und für die Instandhaltung des Protokolls, also es ist nicht so, ja, dass man einfach einmal ausrollt und fertig, ja, keinerlei Kosten mehr, sondern die meisten basteln einfach immer weiter noch da dran und, ne, die Einnahmen vom Protokoll wird eben auch in der Regel dafür benutzt, um die Leute, äh, da entsprechend, ja, zu bezahlen. So, kommen wir zum nächsten. Wir haben beim Pancake gestern einen kleinen Unfall, also einen Unfall, aber Ausfall gehabt im Background, das kann natürlich immer kommen, vorkommen, ja, diese ganze Blockchain-Infrastruktur, das ist nicht nur einfach, ne, ein Smart Contract ausgerollt, ja, ein Oracle dazu gepackt, ja, und solange die Chain läuft, ist alles perfekt, ne. Das ist natürlich sehr, sehr vielschichtig, äh, wenn man sich da mit der Technik beschäftigen möchte, aber, ja, wir hatten da Pancake halt einen kleinen Aussetzer gehabt, das haben die auch hier gepostet in der Öffentlichkeit, also, das ist nichts Schlimmes da dran, ja, man muss da einfach wissen, ja, wenn solche Ausfälle gibt im Background, ja, ob das der Subgraph ist, ob das der Oracle oder sonst was ist, ja, dass man einfach an der Stelle kurz die Füße still hält, ja, dass man einfach kurz abwartet, bis es wieder da ist, das ist auch auf allen Chain, nicht nur auf, äh, BNB Chain, sondern, ne, auch auf Polygon, habe ich das da selbst auch mehrmals so erlebt, dass es, äh, vorkommen kann, also an der Stelle, denk dran, es ist nichts Schlimmes, und kommen wir zum nächsten, wir haben, äh, Real Yield, ne, und das habe ich gestern generell geschrieben, bezieht sich noch nicht mal konkret auf irgendein Produkt, ja, und, äh, mir ist einfach nur aufgefallen, ne, die Größe, und da wird natürlich auch, zum Beispiel, wenn ihr diesen Kanal, ähm, wie heißt der im Deutschen, den, den gucke ich mir sehr gerne an, weil der natürlich auch sehr kritisch ist, einerseits, und auch sehr viele, äh, sarkastische Scherze macht, was mir persönlich am besten gefällt, der heißt Finanzweltmarkt, oder Finanzmarktwelt, also irgendwie diese Kombination davon, ja, ähm, und, da, ne, wird zum Beispiel auch immer, äh, darüber geschimpft, oder nicht geschimpft, aber zumindest, ja, kritisch gesehen, dass die ganzen Aktien teilweise, zum Beispiel Nvidia, wir haben mit 160-fachen Earning, ähm, Profit Ratio, ja, da arbeiten, dass es total, äh, abstrus ist, dass die überhaupt so weit gekommen sind, Nvidia, da haben wir zum Beispiel auch hier mit, fast, äh, dreiviertel Milliarde, nicht Milliarde, Billion, ja, an Marktkapitalisierung, und, äh, das ist auch okay, ja, ausmeistig, denn, äh, es gibt, kommt dann letztendlich darauf an, wie viel Nachfrage dafür da ist, ja, wenn die Nachfrage so groß ist, ja, das sag ich mal, ne, für fünf oder zehn Jahre die Bücher voll sind, ja, dann kann ich mir auch vorstellen, dass da so ein Ratio gerechtfertigt ist, und das eben zurückzuführen, zum Beispiel, wenn man sich mal die Top 3 anguckt, ja, man haben Apple, Microsoft und Saudi, ja, selbst wenn man die Top 10 mal sich anguckt, das sind, die haben alle tatsächlich physisches oder digitales Produkt, was hohe Nachfrage hat, ja, und Nachfrage sollte letztendlich auch bestimmen, also was für eine Marktkapitalisierung etwas haben, ne, sollte oder nicht sollte, und das ist, äh, natürlich das, was natürlich in der Krypto aktuell noch sehr, sehr unklar ist, ja, wenn ihr euch mal die Top 20 oder Top 50 selbst anguckt, ja, was das alles sind, die, das sind vielleicht ein oder zwei Prozent tatsächlich echte Projekte dabei, ja, die DeFi bräuchte, alles andere ist nur ein Abklatsch davon, ja, leicht verändert und sonst was, ja, aber hat nicht dieses Alleinstellungsmerkmal, ja, das ist halt tatsächlich viel, viel besser ist als alles andere und sonst was, ne, und da ist es natürlich so, dass sehr, sehr viel diese Marktkapitalisierung, was wir aktuell in Krypto haben, ja, nicht wirklich, sag ich mal, berechtigt, ja, aus kritischer Sicht, wirklich berechtigt ist, und, ähm, Memecoin, ne, zum Beispiel, man kann so viel über Memecoin schimpfen oder auch lieben, ja, letztendlich, Memecoin ist ein extremes Beispiel, was tatsächlich so weit geht, ja, dass man sagt, ne, das Ding hat absolut kein, äh, ja, Daten oder Wissen oder Können, ja, es ist einfach da drauf gewettet, wie viele Leute dahinter stehen, ne, das Ding hypen oder das Ding wollen, ja, ähm, und, äh, das kann man natürlich als Extreme sehen, für das ganze Krypto-Geschichte, aber gleichzeitig auch, ähm, als, als einfach ein Warnzeichen, das ist aus meiner Sicht, ja, warum Memecoin aktuell sehr gehypt ist, weil, äh, aktuell eben nichts da ist, wo es sich lohnt, tatsächlich echt zu investieren, ja, wo, äh, fundamental, was etwas dahinter sitzt, wo man sagt, hey, das wird in fünf Jahren die größte, äh, Plattform sein in der ganzen Lieferwelt, in Krypto, dass ich jetzt reingehe, ja, und da entsprechend, ähm, bis dahin, keine Ahnung, hunderte, tausend, x machen, ja, äh, kommen wir zu den entspannteren Sachen, denn wir haben ja Sonntag, ja, morgens 1. Mai, äh, deswegen packe ich ein paar, ein paar mehr Sachen für euch, das erste ist natürlich, das hier, ja, kann ich euch, ähm, ans Herzen legen, denn es geht um AI, ne, immer nur ChatGPT, und die, die 4er Version kann man in der bezahlten Version von, äh, von den freien Version testen aktuell, ähm, und, ich hab das nicht, aber jemand hat sich, äh, hier zumindest, ähm, da dran gemacht, ja, mit AutoGPT, das ist nochmal eine weitere Entwicklung, ähm, mit seinen eigenen persönlichen Daten zu trainieren, erstens, ja, und zweitens dann, äh, da tatsächlich auch die echt, aber ich meine, man kann es nicht komplett 1 zu 1 verifizieren, ob das wirklich so ist, aber angeblich hätte er hier mit AutoGPT für sich die Steuererklärung machen lassen, und da aktuell, ja, mehr, mehr 100 Dollar, äh, Dollar an Gewinn rausgeholt, also an, äh, an praktischen Nachlass oder, ne, Erträge, und, das ist natürlich auch eines der Punkte, was bei uns in Deutschland natürlich super ist, super schwierig, weil natürlich die Gesetze um die Steuer herum extrem umfangreich ist, ja, und da, ne, braucht man halt Steuerberater, und viele setzen natürlich auch Steuerberater voraus, ja, dass man das nicht selbst machen darf, und, äh, ich hab dann hier geschrieben, Business Idee, ja, man macht ein AutoGPT, als, äh, und füttert den mit dem deutschen Steuerrecht, und vor allem mit sämtlichen Präzedenzfällen, ja, wie etwas, äh, bearbeitet worden ist, oder begründet worden ist, ja, damit es durchgeht, oder auch abgelehnt wird, um dann im Anschluss damit, statt mit, äh, wie heißt dieses, Viso, oder, ne, wie diese ganzen Tools, die ja, ja, halbwegs, wie eine Anleitung zu der Steuererklärung gepackt worden ist, ja, darstellt, also das würde dann theoretisch, so 20 Jahre in der Vorraum, in der Zukunft sein, mehr oder weniger, und, da hätte man theoretisch, an der Stelle, äh, ein, ein Product Marktefit, und dieses, äh, ne, Jared, ähm, from Subway, ist natürlich der bekannteste Botbetreiber in letzter Zeit, weil der bei den ganzen Meme-Coin-Tradern, massiv, massiv an Gewinn abgezackt hat, ja, weil Meme-Coin-Trader, ganz oft, der kennt sich mit der Materie nicht aus, haben der hohen Slip-Bitch automatisch eingestellt, und, sind dabei bereit, 5 oder 10 Prozent sogar beim Trades, zu verzichten, ja, an dem Ertrag, und da ist natürlich der Meme-Bot Jared from Subway, der bekannteste, und der innerhalb kürzer Zeit schon mehrere Millionen gemacht hat, einfach an Meme-Bee extrahieren, und, äh, das ist praktisch die visuelle Darstellung, wie so ein Meme-Bot, äh, aussehen könnte. Äh, kommen wir zum nächsten, das ist, äh, ein Video, tatsächlich relativ lang, ja, zwei Minuten, und zwar geht es um einen Luxus, ähm, Schnellzug in China, ja, und natürlich, die Frau ist ja auch übertrieben, was die alles mitgemacht hat, also, davon würde ich vielleicht, ja, an ein oder zwei Sachen denken, wenn ich reisen würde, aber ich hab gesagt, äh, also ich hab davon nichts gesehen, äh, auf meiner Reise, und als, äh, als Kommentar, äh, war ich im falschen Land gewesen, kürzlich, und, äh, die letzte Nachricht, nämlich, dass ihr, na, hört es euch kurz an, es ist nicht lang, ne, und vor allem, ich mein, ich kenn den Menschen nicht, aber man erkennt an dem, was er sagt, einmal auf Englisch, einmal auf, übersetzt, ja, ins Deutsche, das ist praktisch nicht zu unterscheiden, du wirst wirklich denken, okay, der würde beide Sprachen fließend sprechen, ja, und hat auch, also die Sprache Stimme ist auch beides von ihm selbst, ne, und das ist eben auch mit künstlicher Intelligenz generiert, und das, dieses Text-to-Speech gibt es ja sowieso schon ziemlich lange, das heißt, man könnte theoretisch jetzt einfach mal ein Video nehmen, ja, ähm, das wird kombiniert, ich habe, alle drei Teile tatsächlich schon gesehen, erstens, ja, man nimmt den kompletten Text, ne, was ich jetzt gesprochen habe, übersetzt den mit der ChatGPT zum Beispiel komplett ins English, so, das ist, wie in, für einen gewöhnlichen, ähm, Natives TVK, wie in English sprechender Mensch aussieht, ja, zweitens, man nimmt natürlich den Ton, den ich hier habe, ja, passt da drauf an, mit diesem, äh, dieser AI-Algorithmus, und lasst den praktischen Text-to-Speech das umsprechen, und das dritte, und das ist richtig krass, das habe ich vor kurzem gesehen, man kann Videos nehmen, ja, wie zum Beispiel das Video, was ich hier jetzt aufgenommen habe, also praktisch aus Filmen, ja, packt da drauf, diese Analysen, also AI-Analysen-Tool, äh, so auf die Gesichtsbewegungen von den Menschen, ja, und natürlich, ja, zusätzlich mit dem Text, beziehungsweise mit dem Ton, und dann wird automatisch durch die AI die Mundbewegung, ja, die die Menschen haben, während sie sprechen, oder zum Beispiel auch Handbewegung, zusätzlich so abangepasst, als würden die nativ eine andere Sprache sprechen, und das ist natürlich das Ultra-Krasse, ich meine, stellt euch vor, in 5 oder 10 Jahren, die ganzen Filme kommen in multilingual heraus, dabei wurde im Hintergrund gar nichts zusätzlich gedreht, sondern wurde einfach alles durch AI angepasst, die Stimmen passen perfekt, ja, und das habe ich ja zum Beispiel auch super lustig gefunden, als ich in China war, und dieses Video, äh, in den Film zusammen mit meinem Vater geguckt habe, nämlich, äh, diese, äh, von Freddie Mercury, diese, äh, nicht Dokumentation, aber, ne, diese Biografie, Film da drüber, und, äh, und da wurde im Hintergrund die ganze Chinesisch, also durch Chinesisch-Synchrononisation-Sprecher gesprochen, außer wo er gesungen hat, ja, das war richtig, äh, also ich meine, ne, so, das wäre zum Beispiel die perfekten Use Case gewesen, ja, für, für so eine komplette AI, umgenerierten, ähm, Film, und, ja, also, die Zukunft ist, ist auf jeden Fall super interessant und bunt, äh, so wie sie kommen wird, egal wie, und das war's auch schon von heute, aus dem Kryptografie für euch, mein Name ist Dieter, ciao, ciao,